hallo der blind spectator wo ich mich gewohnt und willkommen zurück bei einer neuen runde cherry 2 wir sind hier auf coxwell unterwegs das welt der kock zumindest wären wir da unterwegs wenn ich auch sparen würde schaffe modus das ändern schaffe wird rotig rebalanced werden ins gegnerische team aber einfach irgendeins ausgewählt nicht darauf geachtet welche leute man sieht ja daran ganz eindeutig wie immer weniger leute halt leider 2 spielen hat er immer noch seine community auf jeden fall aber es ist halt ähnlich wie bei warm strumble auch ein gutes spiel da war auch irgendwann keiner mehr gespielt ich weiß nicht warum der hit ja ich wurde team agatha zugeteilt dann lass mich wenigstens auch spawnen also dann verteidigen wir ouch nein das war dumm von mir dahin zu gehen war doch klar dass der noch schlägt die sind ganz schön effizient beim niederbrennen muss man sagen okay verteidige das tor müssen dafür eigentlich zurück vielleicht könnte ich auch rennen wenn die leute mir nicht im weg rum stehen würden ja da guck mal das worden vor uns die leute immerhin noch rein gehalten hier bräuchte man halt ich klasse die auch dinge werfen kann was wurfmesser oder sonst was war hier ist ja immer hin für den vorrat an an dingen kommt sterbe da waren sie dann schon oben die schweinehunde aber fußball hat dann gehört auch nicht schlecht wir streiten hier also ich nehme meinen üblichen kirchenplatz den ich defende da hinten sind sie auf jeden fall durch also der hatte schön gold oder nicht ja ok nett ich weiß nicht ob es noch rechtzeitig war arschloch kein ehrenhafter kampf sondern einfach nur seine waffe werfen dass die dänenachse aber auch one shot ist krass allerdings weiß ich nicht muss man damit kopf treffen keine ahnung wenn ich die dänenachse hatte dann habe ich sie noch nie geworfen falls ich sie überhaupt jemals hatte ernsthaft wo kam der her und der eine ist nicht mal gestorben komm den habe ich doch so gut gehittet und dann auch noch die axt und da sieht man wieder der damage der also die punkte die man dran steht das kann nicht der damage sein weil ich hatte ja über 100 damage gemacht insgesamt weiß echt nicht wie das funktioniert mit der damage geht je Ich bin der Zell. ihr dürft hier nicht dieses gold haben ja schon gescheitert haben sie sich woanders zurück leute zurück da habe ich mich von den killen lassen unnötig da ist der fit tacker unten gewesen die leute gold muss verteidigt werden dafür hätte ich eigentlich ein f geben können das war richtig schön von mir performt fand ich hat mich einer mit der schaufel aufgeschlitzt das hier hinten ist meistens ohnehin das immer etwas übrig bleibt wo dann als letztes noch gelutet werden muss warum leute warum hast ihr mich so ich wollte doch mein meine brandbombe auf eine strategische wichtige position werfen vielleicht den eingang oder so weiter wo die luken wäre auch dann gibt es eine fahne an der strategisch wichtigen position ist auch sehr wichtig nicht nein fuck silly in pt das habe ich doch abgewehrt manchmal manchmal verstehe ich es nicht ja wir werden das gold wohl nicht verteilt kriegen so wie das aussieht wobei so viel ist jetzt nicht mehr übrig eigentlich wird es dann immer einfacher in gewisser art und weise wenn sich die leute auch body mäßig drum herum stellen dann ist eigentlich gg so weit nach vorne sollten wir nicht hier body blocken leute schlecht hier ist auch noch okay wir haben hier noch drei goldspots oder so ich war hier objective based gaming ich bleibe hier ok hat sich erledigt sehr schön die wurden noch aufgehalten von nein sie haben es gemacht da ist so die ganze armee von denen hier plötzlich ums eck nach dass da dann einer von ihnen kommt den hilf noch nicht spielen können ja bis wir da sind die haben das doch schon oder nicht ja haben wir ja wohl ja mal nachladen die wenn ich hier haben er hätte fast gelegt gut okay war eine npc die ich erwischt habe aber hey erwischt ist erwischt was das hat doch wohl gehittet leute habt ihr gesehen aber wie nice der eine geflogen ist das war ja übelst bisschen nach dem effen süd ey es war nice brauche ich noch als soldat oder nicht gibt mir eine waffe eine richtige also ich habe die typen umgeboxt einfach so habe ich in den fädel eingeschlagen das war auf jeden fall eine weitere runde chivalry 2 wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin haut rein 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 bis dahin haut rein